herzlich willkommen zu einer neuen folge warus wird ich bin heute auch wieder dabei mit dem guten kernkraft der hd xd und wir hoffen jetzt einfach dass brity nicht stirbt das wäre schlecht das wäre worst case 3 2 1 go auf einmal stehst du da ist gestorben alles gut alles gut alles gut ich bin jetzt war ja mich auch ich habe die angriffen warte ich mache mir noch kurz ein eisenschwert er für die greife mich an warum hast du dir auch angegriffen äh äh weil ich die hellste Bände schlaust äh die gehen richtig ein auf den sack so geht er noch weiter kann man da noch mehr fahren auch hier ist ein magma block den kann ich doch ich gehe auf level 36 weil das wird dann das wird absolut bringen glaub ich selbst du mir die magma blöcke zu machen magma cube zu töten ja die bringen ja ich war erst mal hier ähm schaffst du es nicht alleine oder nicht ich meine du musst ja erst mal level ich bin ja schon gut gelettet wir können das auch irgendwo hier oder so auch noch nicht mini pigments geht einen nicht auf den sack so schon mal ein goldapfel gerastet passiert nur dem besten so ich bin level 36 jetzt verschwende jetzt nicht noch weiter ich würde sagen wir bauen jetzt muss ich aber mal helfen ähm so hier ähm bauen wir erst mal hier können wir irgendwo hier in die wand reinbauen oder hier ungefähr keine ahnung oder da von oben kommt wieder ein pigman sind doch dann hau ich ihn weg so ich würde sagen wir bauen schon auf auch wenn es nur level 28 ist meinst du denk schon ja also zumindest du kannst schon mal ein paar sachen verzaubern ja ich würde noch warten bis level 30 und gehe dann halt nochmal nach der folge gehe ich dann raus ne warte ich baue hier rein achso hast du schon video regale gecraftet? nein mache ich aber gleich ja oh alter du scheißhure ich kann jetzt nicht vom pc aufstehen leider tut mir leid tut mir jetzt einfach nur leid wenn die jetzt ein bisschen rumstehen muss man halt verkraften in der aufnahme in der abend zu tor ähm hast du noch einen ofen? dann können wir den nochmal aufstellen ja draußen oder drinnen hier ich würde sagen drinnen hier wenn du braten was du willst mach ruhig ach du scheiß wie viele zombie picket oder das frisst aber ordentlich holz ich habe fast kein holz mehr soll ich euch nicht geben? ne aber hier hin also to go about oder was? ja ok halt das sind die laut die drecksviecher hast du noch irgendwo kohle? ja kriegst du zuerst da halt ja da kann es auch na ach jungen hier ach du hast dich schon wieder aufgenommen ähm ähm bohr sind die laut die drecksviecher ich mach die jetzt weg ist echt ne ganz gute farm hehehe so dadurch bin ich jetzt level 30 geworden easy man level gefahren oh mein gott ich habe das beste schwert ever was mein schwert hat schärfe 5 halbbarkeit 3 rückschuss 2 verbrennung 2 loll loll jetzt ehrlich ja was könnte ich denn so schutz 3 lohnt sich das? ne ich krieg halt nur schutz 3 auf allen zahlen oder wasseraffinität auf dem helm ich glaub du kriegst auf level 28 nur protection 3 ich habe jetzt oft auf links habe ich den schutz habe ich dann halbbarkeit und dann schutz bekommen ich kann nochmal gucken ob ich mein oben vertauern kann das auch ja ja dann macht das ja gut jetzt muss ich auch wieder level farm ok ich krieg doch wieder neue Verzauberungen wenn ich eigentlich was verzaubert hab recht aha so mal sehen wieviel damit ich hab hey wieso brennen die Pickel ich könnte nicht brennen ja ich könnte nicht brennen ich kann sie egal ich guck mal mal 2e Infinity Junge wer will sowas ich hab jetzt knapp 1,5 Stacks an an ja anfallen man ich bin jetzt gerade so unproduktiv ich habe glaube ich einfach noch ein paar level und ja kannst du noch mal hähnchen rausnehmen aus den öfen level können nicht verbrennen richtig meine nicht ich habe gerade kein level bekommen als ich den Quark unter Lava abgebaut habe ja moin ach ich habe gerade kein level bekommen als ich den Quark unter Lava abgebaut habe kriege ich wieder mal ein paar von den Viechern wenn ich wieder level 30 bin komme ich mal zurück neue Verzauberungen kommt meine Boys kommt zu Papa kommt zu Papa die können garantiert nicht anbrennen ja ich habe gerade ein Zombie Pickman was in der Lava stand ja gut ne nach der Folge gucke ich dann wieder raus und hole hoffentlich und hole hoffentlich mindestens neun ja gut scheiß Gas getötet scheiß Gas getötet ich bin jetzt auch schon level 32 ja ich mach nur bis level 30 und dann verzauber ich eins mal das verschwindet einfach das verschwindet einfach in die richtige Richtung warte mal wo war denn der Sporn nochmal Bruder danke ähm ach gehst du schon mit wo der Sporn in welche Richtung der war hä weißt du das nicht mehr oder was immer Lust aber egal ja was kommt von Jägermeister ne ja ist halt wirklich so also liebe 8-jährige die ihr gerade zuguckt trinkt das erst wenn ihr Volljährig seid haha genau weil das dann auch richtig will ja wir müssen ja hier Kinderfront auch in meinen Videos nicht speziell für Kinder geeignet sind hä wo ist ne hä wo ist ne oh oh Junge ich seh dich da wo reinst du denn lang Alter die kommt in die falsche Richtung oder bist du das gar nicht ach doch das bist du live ach doch das bist du live ach doch das bist du live guck mal wo ich noch ein bisschen Quart verbekommen habe ja wirklich so gut wie alles abgegrast hier oh Drecksvieh was denn hat der Gas nicht angegriffen oder was 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 wir haben wir haben es gibt was wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben Da war ich auch am Anfang. Piss, ne. Scheiße. Och, warum hast du dir hier Kölfer geschlagen, jetzt greifen wir mich um die Hand. Dori. Ich hab jetzt fast alles abgekraten, ich bin immer auf 9,20. Ah, hier bist du. Aber wir müssen weiter da fahren. Hä, wo ist der Spawn? Da, in die Richtung. Echt? Okay. Hier nicht springen. Oder? Wie lange haben wir noch? Drei Sekunden oder so. Nicht viel. Weißt du wenigstens noch, wo unsere Bücher waren? Bücherregal. Weil das müssen wir wieder finden. Ja, weiß ich. Och man, ich krieg nur Schutz 3. Ach so, du bist grad dort. Ja, ich krieg nicht. Ich bleib auch hier. Bleib jetzt hier. Und sag damit schon mal Ciao. Weil ich muss jetzt echt hardcore dringend pissen. Ich auch. Und sag schon mal Ciao, Leute. Tschüss. Ja, wir sagen Ciao, bis zur nächsten Folge.